Dorsier bewerten, durchschnittliche Bewertung, 4.22222 von 5 bei 36 abgegebenen Stimmen. Sobald der Winter vorbei ist, werden Zecken aktiv. Sie lauern im hohen Gras, im Gebüsch oder im unterholzschattiger Wälder. Gerne lassen sie sich einfach mitschleppen, wenn Mensch oder Tier in der Natur sind. Hochseh so haben die kleinen Blutsauger gewöhnlich von April bis Ende Oktober. In milden Wintern sind sie allerdings schon früher durstig. Auf den Menschen können Zecken gefährliche Krankheiten übertragen, wie die Leimborreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME.